Du unterschätzt mich! Verteidige dich, Verräter! Du unterschätzt mich! Geht doch! Ja! Ja! Worauf wartest du noch? Mach dieses Weib kalt! Krieg! Wage es ja, nicht wegzugehen! Das Nex Sacramentum ist mein. Ich entscheide, wann der Engel stirbt. Nicht du! Du hast einen Eid geschworen! Abaddon ist der Zerstörer. Nügner! Um dich zu schützen, hat er die Wahrheit vor dir verborgen. Du hast versprochen, deinem Herrn in die Hölle zu folgen, ohne zu wissen, was dich erwartet oder was aus ihm werden könnte. Abaddon! Er wurde betrogen und wurde zum Feind der gesamten Schöpfung. Ich war beim Baum. Seine Gabe war die Wahrheit. Und jetzt teile ich sie mit dir. Denk an den Todesschwur. Schon bald muss er erfüllt werden. Dabei wollte ich doch einfach nur das Teil abholen. Mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht kämpfen oder so. Nein, eigentlich nicht. Jetzt habe ich wieder um einiges Leben weniger. Knotter, Knotter, Maul, Motz. Oh, ja. Ah! Entschuldigung. Oh, ich habe gerade Schluck auf. Tut mir voll leid gerade. Ob wir das jetzt schaffen? Wir werden es gleich seeeeeeeeen. Ja. Aber gerade so. Gucken, können wir noch was kaufen? Los. So, wir gehen mal... Oh, da habe ich sie gefunden. Dann müssen wir wahrscheinlich von hier aus rein. Äh, dahin. Ich hoffe nur, dass wir nicht wieder kämpfen müssen, weil sonst haben wir ein großes Problem. Wir werden wahrscheinlich drauf gehen, da wir nicht mehr genug Leben haben. Oder wir finden noch irgendwas, wodurch wir Leben bekommen. Das wäre natürlich auch eine sehr schöne Sache. Hier ist der Kuss. So, das ist ein Buch. So. So, ich bin mir gefallen. Ach, der Würgeacker! Ach, war das schön hier. Schau, kurz, dass ich schon noch Leben habe. Oh nein, ich will ja noch diese Viecher kämpfen. Ja, toll. Geht weg. Oh, ernsthaft? Du willst mich doch auch in den Arm nehmen, willst du dich doch unter? Oh. Oh. Ob wir das schaffen? Ja ja ja, ja ja, nimm mal Neneeneene! Bleib weg, bleib weg, bleib weg! Ich hab Angst! Wieder jetzt! Das glaubst du auch nur du! Ich glaub das schonmal nischt! Ich bin nie hier... Ich bin nie hier... Das ging nochmal gut aus. Aber nochmal so einhören, ich glaub... Okay, das ist da oben. Die kommen mir da hoch. Ich bin nie hier... Ich bin nie hier... Ich bin nie hier... Okay, die kommen mir da hoch. Ich bin hier... 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 Ah, okay. Kann ich jetzt grad nicht gebrauchen. Aber trotzdem danke. Hm. Ach, brauch ich gar nicht. Ach, guck mal da... Man darf wieder was zerstören. Was ist denn da oben? Was ist denn da oben? Oh toll. Zwei von denen. Ich kann hier nicht leben. Ich kann hier nicht leben. Yay, ein bisschen Leben bekommen, aber nicht viel. Okay, ich denke mal, wir müssen hier raus. Nö. Okay. Ich dachte, wir müssten hier lang. Ja doch, da. Oder wie? Ist hier noch irgendwas? Nein. Soll ich denn da hochkommen? Habe ich irgendwas versehen? Okay, ich habe echt keinerlei Ahnung gerade. Ich dachte, ich müsste jetzt hier hoch, aber scheinbar doch nicht. Aber ich bin im richtigen Gebäude. Okay, das hier auch nicht. Okay, dann habe ich echt keine Ahnung. Wo wir landen müssen. Könnte jetzt noch lustig werden, da den Weg nach oben zu finden. Ich geh mal hier weg. Okay. 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 Das war's für heute. Ich hab echt jetzt gerade keinen blasen Schirm aus, wenn ich da hinkomme. Ich glaube, wir werden die nächsten Stunden beschäftigt sein, da hochzukommen. Nein, das ist es nicht. Darüber ist es auch nicht. Das war's für heute. Nein! Wie komm ich denn da hin? Wer wagt es? Keiner! Ich hab andere Probleme gerade. Ja, ja, hau du nur zu. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das ist ja auch nicht umsonst gewesen. Ich kann auch hier das Pferd rufen. Also... Hat's vielleicht damit was zu tun. Ich werd's jetzt mal testen. Ich glaube, wir werden wirklich noch mit Stunden beschäftigt sein. In diesem Hinsicht, denke ich weiß, wo wir landen müssen. Ja. 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 Nein. Geil. Hier geht es nur nach unten. Ich wette, ich sehe das Offensichtliche einfach gerade. Ich glaube, das wird erst mein nächstes Beginn erst mal anders dahin, weil ich finde es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was wir tun müssen. Mal ganz so verkehrt, scheint mir gar nicht zu sein. Gehst du da hoch, Mensch? Ja. Wenn ihr den Weg findet, oder wisst, wo ich lang muss, sagt ein Bescheid. Weil ich weiß es gerade nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Das war jetzt sehr intelligent, vor allem weil ich jetzt hier hoch muss. Ich nicht. Nichts. Ja, nicht. Vielen Dank.